Es liegt erst wenige Tage zurück. Dieses bittere 1 zu 6 gegen den FC Bayern München. Und schon steht für Werder Bremen in der Bundesliga der nächste dicke Brocken vor der Tür. RB Leipzig wird am Samstag hier direkt hinter mir im Weserstadion gastieren. Dann zum Jahresabschluss, zum letzten Pflichtspiel vor der langen WM-Pause. Und dabei wird natürlich die Frage im Zentrum stehen, wie gut ist es den Bremern in der Kürze der Zeit gelungen, diese Pleite gegen die Münchner aus den Klamotten zu schütteln. Glaubt man Cheftrainer Ole Werner, dann ist das bereits geschehen. Das hat er nämlich während der Pressekonferenz deutlich gemacht und betont, naja, die Bayern sind nun mal die Bayern eine Übermacht. Da sind schon ganz andere Mannschaften böse unter die Räder gekommen. Gegen Leipzig will es Werder nun deutlich besser machen. Allerdings gehört zur Wahrheit dieses Spiels eben auch, dass RB seit nunmehr zwölf Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen ist, dass die Mannschaft mit Nkunku einen der spannendsten Angreifer der Bundesliga in ihren Reihen hat und auch den aktuell erfolgreichsten Torschützen. Kurz, dass auf Werder da richtig, richtig Schwerstarbeit zukommen wird. Die Bremer gehen es trotzdem optimistisch an und das hat sicherlich viel damit zu tun, dass die Mannschaft durch Niklas Vöhlkrugs WM-Nominierung neuen und frischen Aufwind bekommen hat. Am Donnerstag war es soweit der Bremer Stürmer offiziell vom Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Kader berufen worden. Am Montag geht es für ihn dann mit der Nationalmannschaft los ins Trainingslager. Und spannend ist natürlich die Frage, wie präsentiert sich Vöhlkrug in diesem letzten Pflichtspiel gegen Leipzig? Ich glaube, eines kann man vorwegnehmen, dass er sich irgendwie schont und versucht, für die WM möglichst kein Risiko einzugehen. Kann man bei einem Spielertypen wie Vöhlkrug ausschließen. Der wird eher versuchen, sein Torkonto weiter aufzustocken und zu zeigen, direkt zu zeigen, dass seine WM-Nominierung die absolut richtige Entscheidung war. Daraus kann man schon ableiten. Er ist wieder fit. Vöhlkrug gegen die Bayern hatte er wegen einer leichten Rückenprellung noch gefehlt. Gegen RB kann er wieder spielen und wird auch spielen. Für Werderas Abwehrboss Milos Veljkovic kann man das allerdings nicht sagen. Achillesfersenprobleme verhindern einen Einsatz des Serben, der ja auch noch auf seine WM-Teilnahme hofft. Der selbische Nationaltrainer wird seinen Kader am Montag bekannt geben und Veljkovic hat uns gestern erzählt, ja, das Leipzig-Spiel wackelt. Inzwischen wissen wir, dass es nicht reicht. Für die WM ist er aber durchaus optimistisch. Sie sieht er nicht in Gefahr, hofft er also am Montag dabei sein zu können. Dann möglichst mit drei weiteren Punkten auf dem Bremer Konto, auch wenn er die am Samstag dann als Zuschauer verfolgen wird. Es ist angerichtet, das Weserstadion wird ausverkauft sein. Es wird sicherlich nochmal ein spannender Fußballnachmittag mit einem dann hoffentlich erfreulicherem Ausgang für Werder und WM-Fahrer Vöhlkrug.